Du, äh, was blätterst denn du in der Frau von gestern rum? Alter, äh, äh, also ich war im Zeitschriftenbrachlade gewesen und dann kam der Wind innen drin und dann hat ja die Seite so umgeblättert und dann hieß, wenn ich durchblättere, muss ich es auch kaufen. Ja, das stimmt nicht. Ah, Spaghetti mit Spargel, Ziegenkäse, so wirst du was aus, süß Kartoffeln, alles zaubern kannst. Spaßbar. Selbst wenn da ein Schild steht, durchblättern verpflichtet zum Kauf, stimmt das nicht. Die können dich zwar rausschmeißen, aber Kaffe musch nix. Oder Reinhold. Geh, mein Kleiner. Ah jo, ist das so, mein Knecht.